Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sean David TV mit mir Sean David und wieder einem tollen Gast mit Daniel Schröckert von Kino Plus. Ich grüße dich Daniel. Hallo Sean, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Du bist heute ein bisschen lädiert, aber hast dich trotzdem in meine Man Cave reingetraut, weil du ein zuverlässiger Mensch bist, der lieber über Filme redet und das in einem total zerstörten körperlichen Zustand als einen Tag zu verbringen, ohne über Filme zu sprechen. Das kommt ungefähr hin, aber der große Vorteil war, ich war in der Nähe. Da reiche ich dir schon einen Knochen, um super cool auszusehen, dann machst du jetzt sowas. Nein, aber ich muss sagen, mein Körper fühlt sich ein bisschen kaputt an, meine Stimme ist halt einfach auch ein bisschen strapaziert. Ich komme direkt von der Gamescom, ich bin heute Morgen um 9 Uhr aus Köln angereist und wollte mir aber diese Gelegenheit einfach nicht nehmen lassen, weil die letzte Session hat so viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt schon mal in der Nähe bin, habe ich mir gedacht, komm, die paar Stunden, die kann mein Körper noch irgendwie aushalten und dementsprechend. Das ist sehr, sehr nett von dir, aber wir reden auch über coole Sachen. Wir reden eben deswegen, also das kommt ja noch wirklich kräftespendend hinzu, sagen wir so. Das glaube ich. Wir reden heute über Masters of the Universe mit Dolph Lundgren aus dem Jahre 1987, wo ich mich sofort oute, bevor jetzt irgendeiner auf falsche Gedanken kommt. Ich liebe den Film. Du, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich liebe den Film, aber ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Also ich gucke ihn sehr, sehr gerne. Ich habe ihn als kleiner Junge kennengelernt. Ich war natürlich ein bisschen irritiert, ob der Ausrichtung und ob der Elemente, die alle so gefehlt haben und so und auch wie das alles so ein bisschen erzählt wird. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, so als Star Wars-Bengel und natürlich He-Man-Fan war das irgendwie so eine schöne Fusion, mit der ich gut klarkam. Und ich habe schon immer ein Faible gehabt für die Canon-Filme. Ich weiß nicht, warum. Ja, weil Canon einfach geil ist. Canon hat irgendwie, es ist so interessant, Canon hat es immer geschafft, Filmideen miteinander zu koppeln, die eigentlich gar nichts im selben Universum zu suchen haben. Aber das hat es wieder so einzigartig gemacht. Also wie du gerade schon analysiert hast, der He-Man-Film mit Dolph Lundgren hat viele Star Wars-Elemente, obwohl das eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Gar nichts, gar nichts. Also ich meine, wir können ja schon mal einmal dann den Random-Fact trocken. Es war ja wirklich so, dass Mattel die Auflage gemacht hat, He-Man darf keinen töten. Richtig. Und das war halt natürlich für den Regisseur, für Herrn Goddard, der, glaube ich, das war sein erster Film. Der war auch, glaube ich, sein letzter. Ja gut. Bei der Produktion auch nicht unverständlich. Ein Bob mehr gehabt danach. Aber der stand dann plötzlich vor der großen Problematik, wie soll er das alles machen in einem barbaren Monster-Kreaturen-Science-Fiction-Film, wo sie mit Schwertern und allem rumhantieren, dass er keinen umbringt. Und deswegen haben sie die Cyborgs oder Roboter erfunden, die Skeletors Armee darstellt, damit man die halt über den Haufen ballern oder metzeln kann, ohne dass es halt irgendwie, ja, die Richtlinien von Mattel verletzt, dass halt hier mehr niemand töten darf. Ja, also man muss, jetzt wo du es gerade schon angefangen hast, sagen, die ganze Produktion war ja das reinste Chaos. Also theoretisch könnten wir, und das ist kein Witz, wir könnten zwei Stunden drüber reden, was alles schiefgelaufen ist. Es ist unfassbar, was es aber wieder so interessant macht. Und wir könnten vielleicht sogar noch eine Stunde dranhängen, wenn wir dann nochmal darauf eingehen würden, was aus der eigentlichen Fortsetzung geworden ist. Ja, genau, genau. Es ist unglaublich interessant. Ich möchte mich mal kurz einklinken bei dem, was du gerade schon angedeutet hast, sprich mit den Cyborgs und mit denen, dass Mattel dieses Problem hatte von wegen, oh, ihr könnt aber jetzt keine Leute töten, weil das soll ja eigentlich ein Kinderfilm sein. Das Interessante dabei ist ja, dass Mattel einen Sinneswandel hatte, nachdem die He-Man-Toyline auf einmal nicht mehr so erfolgreich war. Also für diejenigen von euch, die es nicht wissen, die He-Man-Toyline war weltweit einer der erfolgreichsten Toylines aller Zeiten. Und es ging immer höher, die Verkaufszahlen wurden immer besser und besser und besser und auf einmal, von heute auf morgen, ist das ganze Imperium wirklich kollapst. Und Mattel hat halt riesen finanzielle Einbußen gehabt, ist dann zu Canon gegangen, hat gesagt, ey Leute, He-Man darf töten, wen er will, es ist egal, Hauptsache der Film ist erfolgreich. Also Mattel hatte da wirklich diesen Sinneswandel von wegen, ey, ja, es ist doch cool, wenn He-Man Leute tötet, Hauptsache wir machen jetzt Kohle mit dem Film, weil wir brauchen das Geld. Ja, und Geld war halt von vornherein immer ein Problem bei Canon. Immer? Ja. Weil, naja, man hat halt in der Regel nicht so viel Budget für diese Filme zur Verfügung gestellt. Mir naheim Golan, der Produzent, hatte halt schon einfach, ja, seine Karriere damit begonnen, günstige Filme zu produzieren, die dann aber halt ein Erfolg wurden, wie zum Beispiel Eis am Stiel. Ja, in Israel war das noch mal. Israel, genau. Popstickles hieß der, glaube ich. Lemon Popstickle. Und das war halt das Erfolgsrezept, dass man halt wirklich günstige Filme macht, die dann aber halt schon noch ein bisschen was einspielen. Und dann wurde aber plötzlich für Masters of the Universe ein Budget von 17 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Was für Canon Films damals oder halt eben für Mir naheim Golan einfach unvorstellbar war. Richtig, genau. Hinzu kommt noch, was du ja gerade schon angedeutet hast, also Canon hatte wirklich dieses Marketing oder dieses Geschäftsmodell billig produzieren, halbwegs erfolgreiche Filme. Also die hatten nie wirklich so diesen Mega-Mainstream-Erfolg, abgesehen, die Lemon Popstickle war aber noch in Israel produziert, das war jetzt noch nicht Canon Films. Genau, aber das Canon Modell, wie gesagt, günstig produzieren, halbwegs erfolgreich verkaufen etc. Und dafür aber 30, 40 Filme im Jahr produzieren, was überdurchschnittlich viel war. Und dann wollten sie mit den Big Boys mithalten, mit den großen Firmen, wie jetzt Universal zum Beispiel. Und haben dann ihr Geschäftsmodell verlassen und dann fingen so Produktionen an wie Superman vor, wo sie viel zu viel Kohle für rausgeballert haben. Und der so schlecht. Der einfach eine Vollkatastrophe war. Dann hier over the top mit Sylvester Stallone. Ja, da haben sie halt für Stallone irgendwie 12 Millionen Euro oder Dollar Gage gezahlt, was für damalige Verhältnisse unvorstellbar war. Und dann halt jetzt Masters of the Universe. Und um es vorwegzunehmen, die Produktion hatte dann zwischenzeitlich so Probleme, dass sie teilweise den Film gar nicht erst fertig machen konnten. Also die letzten Szenen, der Filmdreh wurde ja abgeschlossen von wegen, ey wir können das Ende nicht mehr drehen, wir haben kein Geld mehr. Und der Regisseur Godard musste in seine eigene Tasche greifen, um nach halbwegs ein billiges Ende drehen zu können. Und deswegen sieht der Finalkampf zwischen Skeletor und He-Man halt eben so aus, wie er aussieht. Er ist auch sogar, und das ist das Schlimme, also die haben halt gesagt, ihr könnt den Film nicht zu Ende drehen. Godard versucht halt die Produzenten zu überreden, kriegt ein Ende irgendwie doch noch irgendwie genehmigt. Und dann hat er noch nicht mal die Darsteller zur Verfügung, die den Film mitgetragen haben. Also Frank Langella hat diesen Finalkampf nie ausgeführt. Das war jemand anderes, der halt in diesem goldenen Kostüm gesteckt hat. Das ist unfassbar. Und ja, so wurde dieser Film dann beendet. Das ist halt einfach ein, ein, das wird heutzutage nicht mehr passieren, glaube ich. Ja, 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 ja. Spulen wir doch mal ganz kurz zurück. Und ihr seht, wenn Daniel und ich eine Folge haben, die ist immer sehr, sehr, sehr durcheinander. Das hat aber damit zu tun, dass wir uns, wir sind halt Film-Nerds und wir labern uns gegenseitig voll. Also eigentlich, wir machen es eigentlich nur für uns selber und die Kamera steht zufälligerweise halt da. Inhaltsangabe vom Film, für diejenigen von euch, die es noch nicht gesehen haben. Möchtest du oder soll ich? Mach mal du, ich hab den, den genauen, die genaue Herleitung, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß, dass Skeletor irgendwie die Macht anstrebt, natürlich wie immer. Wie immer. Und braucht dafür diesen kosmischen Schlüssel. Und dieser kosmische Schlüssel wird von einem kleinen Gnomen namens Gwildor betreut. Und der schafft es damit, ein Portal zu öffnen. Und durch dieses Portal gelangen sie zur Erde. Ja, das war doch die Inhaltsangabe. Abgeschlossen. Das ist im Großen und Ganzen die Story. So, jetzt muss man dazu sagen, weil wir ja auch eine ehrliche Sendung sind und wir auch ehrlich mit euch sein wollen. Der Film hat jede Menge Baustellen. Angefangen von dem, was du gerade schon gesagt hast, dass es ein He-Man-Film ist, der nicht wirklich ein typischer He-Man. Ja, es ist nicht wirklich He-Man. Angefangen von, dass He-Man nie Prinz Adam ist. Das heißt, He-Man ist von Anfang bis Ende einfach die ganze Zeit He-Man durch. So, als Kind und wir beide haben ja nochmal einen Altersunterschied. Mir ist als Kind direkt aufgefallen, okay, hier stimmt etwas nicht. Also ich habe den mit sieben, acht Jahren gesehen und mir ist sofort aufgefallen, okay, ne, da ist irgendwas anders. So, dann Eternia sieht halt 0,0 aus wie Eternia. Es sieht halt aus wie... Hätte auch bei Conan... Ja, genau, bestes Beispiel. Genau, hätte bei Conan stehen können Eternia. Ja, lag halt wieder daran, dass Canon einfach nicht die Kohle hatte, um es irgendwie vernünftig zu machen. Und sie wollten es. Also Snake Mountain war ursprünglich mal vorgesehen. Genau. Ja, sollte eigentlich im Film vorkommen und noch ein paar andere Sachen. Aber, naja, man hat halt dann entschieden, nee, das kostet alles zu viel Geld. Und deswegen drehen wir am besten auf der Erde. Richtig, genau, was ja immer so eine Sache ist, wenn du halt deine Zeichentrick oder deine Cartoon-Helden oder Videospiel-Helden, die eigentlich in einem komplett anderen Universum sind, auf die Erde holst. Ja, es ist günstig, aber es ist halt immer so eine Sache, weil es holt dich eigentlich aus dieser Fantasy-Welt, die du eigentlich sehen möchtest, halt komplett raus. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war damals schon so ein bisschen, schon so auch schon, obwohl ich da noch nicht so den ganzen, also noch nicht die ganzen Funfacts und Internetwissen und was weiß ich kannte. Aber für mich war damals schon so ein, das war für mich schon irgendwie so eine Art Qualitätsaussage, wenn Sachen, die man eigentlich irgendwo anders verortet oder beziehungsweise die immer irgendwo anders gespielt haben, plötzlich wieder, also zum Beispiel Battlestar Galactica, fand ich geil, solange es alles im Weltall war. Ja, es waren immer dieselben Raumschiffsszenen und so weiter, alles cool, es waren immer dieselben Explosionen, alles cool, es waren immer dieselben irgendwie Statisten, die da im Hintergrund rumstehen und so oder auch die Settings waren immer als Settings zu erkennen, aber solange es meiner Ansicht nach im All gespielt hat oder halt eben irgendwo in dieser anderen Welt, fand ich das immer cool. Dann habe ich aber mitbekommen, okay, sie landen irgendwann auf der Erde und versuchen auf der Erde so eine Mission zu erzielen und das zieht sich ja durch alles durch, Baywatch und was weiß ich, halt immer mal Ausreißer dann in die reale Welt oder in eine Welt, die man halt selbst so kennt und das war für mich immer schon so ein, schon ein Merkmal, wo ich dann gesagt habe, naja, okay, das machen sie jetzt halt, um Kosten zu sparen. Also das wusste ich schon als kleiner Junge, war das für mich so, okay, die betreiben nicht den vollen Aufwand, den sie eigentlich betreiben müssten, um halt eine vernünftige oder eine glaubwürdige Adaption von jetzt sowas wie He-Man zu machen. Also spielt irgendwas in der realen Welt oder irgendwie sowas in der Welt, die ich auch betreten kann, ja, dann muss es irgendwie ein Kostenfaktor sein. Ja, ja, also ich habe tatsächlich mit diesen Folgen auch immer Probleme gehabt, also ich habe nicht so weit gedacht wie du, von wegen, dass es Kostenprobleme waren, für mich war es halt immer nur so von wegen, ah, finde ich jetzt nicht ganz so toll. Ja, also, gehe ich mit, ja, also, ich sage mal so, am Anfang habe ich auch immer gedacht, nee, das ist ja jetzt in der echten Welt, das finde ich auch nicht cool. Ich habe das mal irgendwann letztens auch mit meinem Sohn tatsächlich nochmal erlebt, da bin ich nicht alleine, sondern das fand ich einfach so schön. Wir haben uns den EWOC-Film, den ersten, angeguckt und im EWOC-Film am Anfang siehst du eine Eule und dann siehst du irgendwann mal ein Pferd, also irgendwie eine Figur kommt auf ein Pferd angeritten oder sonst irgendwas. Und mein Sohn guckt mich an und meint so, das finde ich jetzt aber nicht so cool, weil das sind ja Tiere, die ich jetzt auch so kenne. Ich kenne, ja. Ja, also, warum sind denn da, warum ist denn da ein echtes Pferd und eine echte Eule, das ist doch bei uns auch in der Welt, ich denke, die sind auf Endor so, ja, also, und das sind so diese Sachen, diese Kleinigkeiten, die ja dann auch kleine Kinder sogar schon wahrnehmen, die sie vielleicht nicht unbedingt sagen, oh ja, Minheim Gohlen ist ein Sparfuchs und möchte hier das Budget rücken, so, sondern halt einfach nur sagen, das passt nicht in mein Verständnis von dieser Welt. Ja, das ist halt das Ding, ich glaube, wenn du diese Welt etabliert hast über einen längeren Zeitraum und du als Fan weißt, wie diese Welt aussieht, dann darf da nichts zusätzlich reinkommen, was du aus der normalen Welt halt kennst. Wenn du von Anfang an diese fictional Welt so kennenlernst, dass da auch Gegenstände oder Wesen sind, die wir auch hier haben, ist es was anderes, aber nicht, wenn die Welt schon so etabliert ist, dass die menschlichen Sachen da keine Berührungspunkte im Normalfall haben. Genau, und dann kommt halt erschwerend hinzu, dass, ja, wie du schon eben angedeutet hast, He-Man ist nie Prinz Adam, He-Man hat keinen Battle Cat, ja, all diese Figuren, die wir halt aus dieser Zeichentrickserie kennen, waren längst nicht so bunt und so farbenfroh und natürlich hatten sie auch alle nicht die Kostüme an, die wir aus der Serie kennen. Richtig, wobei, und jetzt kommt wieder eines dieser Dinge, die in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen, Skeletor sieht nicht aus wie in der Zeichentrickserie, aber er sah unfassbar geil aus, unfassbar. Wenn etwas, meiner Ansicht nach, völlig frei von Kritik oder beziehungsweise von irgendwie Makel ist, in diesem Masters of the Universe Film, der halt wirklich eine Menge Makel hat, dann ist es meiner Ansicht nach A, Frank Langella, weil er ist halt. Unfassbarer Schauspieler in dem Film, und die deutsche Synchro ist super getroffen, ey, es ist, ich krieg grad keinen Witz, ich krieg grad Gänsehaut, ich merke es grad durch meinen Körper, weil, krass du auch, guck mal wie meine Haare hier hochstehen, aber krass, krass, ja, Frank Langella ist in dem Film, auch mit der deutschen Synchro, es ist unfassbar, also für mich einer meiner absoluten Favorite-Bösewichte aller Zeiten. Gesprochen von der Stimme von Samuel Jackson, ne? Ja, ja, aber, also ich mag generell diese Stimme, auch bei Zeichentrickfiguren gab's, hat er sehr, sehr viele Sachen gemacht, mag ich sehr, sehr gerne. Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, wie gut wir Skeletor da finden. Es gibt noch eine weitere Person, die ich unfassbar gut da drin finde. Welche? Evelyn. Mac Foster. Die tatsächlich ja die besten Voraussetzungen hatte, um so zu sein, wie sie ist, weil dieses Kostüm, was sie wohl getragen hat, das muss 45 Pfund oder so gewogen haben, die konnte sich kaum bewegen, also deswegen sieht man sie auch nie sitzen und dieses, ja, dieses Starren und halt dieses wirklich Strenge, das muss wohl alles begünstigt durch dieses Kostüm gewesen sein. Und sie hat, ich weiß nicht, ob dich noch dran erinnern kann, wann hast du das letzte Mal gesehen? Boah, das ist schon ein bisschen her. Ja, ja. Sie hat in dem Film ultra krass blaue Augen, also wirklich so mega leuchten Augen und alle haben immer gedacht, dass es Kontaktlinsen sind. In ihrer eigenen Augen. In ihrer eigenen Augen, ja. So, und also sie in Kombination mit Frank Langella, ähm, aka Skeletor, finde ich, sind super gut. Ja. Auch wenn sie nicht so aussah wie im Film, wie im Comic. Nein, sah halt null so aus, aber ich fand trotzdem, ich konnte es annehmen. Ja, ja. So, kommen wir von den, den guten Besetzungen zu, hm, Dolph Lundgren. Naja, also ich meine, man muss halt mal sagen, Dolph Lundgren zu dem Zeitpunkt in der Blüte, ja. Ja, er war, er war heiß wegen Rocky IV, ne, also er war halt echt angesagt und war wirklich so, gerade so voll im Kommen. Ich finde auch vom, vom Look her. Ist er ein guter He-Man. Ist er ein guter He-Man, ja. Ja, so, was halt fehlt und das kommt halt bei, bei der englischen Synchro nochmal ein bisschen mehr hervor, sein Englisch war zu dem Zeitpunkt noch sehr akzentgesteuert, was für einen He-Man jetzt so, hm, so la la war. Schauspielerisch war er noch nicht so weit, so, weil es war, glaube ich, sein zweiter oder dritter Film erst. Ja, sie wollten ihn ja wahrscheinlich, also es gibt ja die Legende, dass er synchronisiert werden sollte. Genau. Und dann haben sie aber festgestellt, weil eh alles unter Zeitdruck war und, und, äh, das alles irgendwie schon länger gedauert hat, als die Produzenten es wollten, dass sie halt, ja, sie haben ihn ein paar Mal die Szenen einspielen lassen, aber haben sich dann dagegen entschieden, das nochmal zusätzlich zu dubben, weil das wäre halt nochmal länger geworden, so. Richtig, genau. Und das konnten sie sich nicht erlauben. Genau, genau, genau. Und, ähm, ich, da gibt's ja noch die lustige Story dazu, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mit Stallone, dass Stallone mal beim Set vorbeigeschaut hat, weil, ja, dadurch, dass die jetzt durch Rocky IV diese Connection hatten, Dolph und er, kam Stallone zum Set und sagt zum Regisseur, ist das euer Ernst, ihr habt ihm Lines gegeben, also ihr habt ihm Dialog gegeben? So, und das ist so von denen so, wow, okay, also erstmal, danke Stallone für deine super Loyalität, so nett. Gut, das waren wahrscheinlich die Trainingseinheiten mit ihm und Landgren, die da so ein bisschen noch böses Bruderzeug haben. Ja, wahrscheinlich, 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 ne? Ja, ähm. Und, aber trotzdem, und das ist das Schöne, also das sollte man halt dann auch nochmal bedenken, ne, trotzdem hat man Landgren dann gewisse kreative Freiheiten gegeben, was er halt sagen darf, wie er es machen darf, wie er es gestalten darf. Weshalb er wirklich lange dafür gekämpft hat, diese Stiefel loszuwerden, die er da in dem Film trägt und wollte irgendwelche, was, Kickboxstiefel oder sonst irgendwas. Das weiß ich tatsächlich nicht. Er wollte irgendwelche Kickboxerstiefel benutzen, was sie halt dadurch verhindern konnten, dass sie gesagt haben, ey, Lolf, nee, also bei aller Liebe, aber wenn du jetzt diese Stiefel, die wir dir hier irgendwie zurechtgezimmern haben, wenn du die jetzt nicht benutzt, siehst du unmännlich aus. Beziehungsweise kommst du nicht mehr so cool rüber, also du wirkst halt nicht mehr so martialisch und deswegen hat Landgren sich ja breit erklärt, diese Stiefel anzubehalten. Wahnsinn. Ich sehe es dann immer so aus der Fanperspektive, ey, du hast die Chance, etwas zu spielen, was Millionen von Kindern halt abfeiern. Ja. So, aber da hat er ja Probleme mit. Mittlerweile blickt er anders darüber und sagt, der Film, wo er am meisten drauf angesprochen wird, neben Ivan Drago von Rocky, ist halt Masters of the Universe. Kann ich absolut nachvollziehen, weil der Film war ja vielleicht im Kino kein Erfolg, der hat ja irgendwie nur so ein paar, so 20 Millionen. Ja, der hat ja 20 Millionen eingespielt. Ja, aber war ja dann auf den VHS-Kassetten plötzlich der Hit so, ja. Und ich würde auch immer Dolph Landgren mit Masters of the Universe assoziieren, so. Weil ich finde, er ist, körperlich ist er halt einfach echt ein guter He-Man. Mir hat das Kostüm auch nie immer so hundertprozentig gefallen. Auf der anderen Seite muss man sagen, würde man das eigentliche Kostüm aus der Serie umsetzen. Es geht auch nicht. Es ist schwer, es ist so schwer, die Balance zu finden zwischen dem, der Vorlage treu bleiben, aber dann in Realität nicht corny aussehen. Ja, also es gab ja später von Canon Film noch einen anderen Film, den ich auch sehr mag, mit zwei Brüdern. Ach, die Barbaren, die Twins. Die Twins, die Paul-Brüder, ja. Und die finde ich, also einer von beiden, der hätte He-Man spielen können. Totale Kanne, volle Kanne, ja, ja. Die haben halt diesen, die haben halt diesen Oberkörper, der halt so wirklich, ja, auch breit und tief ist, so, ja. Dolph Landgren war ja eigentlich groß, vielleicht breit, aber flach in der Sicht, aber die waren ja so richtig, bumm, die gingen ja so nach vorne. Die waren wirklich He-Man. Die hätten halt dieses Kreuz, diese Kreuzrüstung, ja, die hätten die. Das hätte funktionieren können, das ist interessant, ja. Aber die sind halt einfach auch ein bisschen kleine. Ja. Und dann halt. Ich weiß nicht, ob die das Charisma hätten, einen Einzelnen, um einen Film zu tragen. Genau, hätten sie nicht, hätten sie nicht. Und da ist Dolph Landgren meiner Ansicht nach, auch wenn er nicht der beste Schauspieler ist, der hat eine Präsenz. War schon weiter Präsenz hat er gehabt. Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Da finde ich, also, da hatten sie keinen besseren zu der Zeit an der Hand gehabt. Das stimmt schon, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Jetzt, wo wir gerade über die Besetzung gesprochen haben, eine weitere Person, die ich mir aufgeschrieben habe, oder zwei weitere Personen, die ich auf jeden Fall nochmal highlighten wollte, ist, dass eine junge Courtney Cox mitspielt, bekannt als Monica von Friends. Das war einer ihrer ersten Rollen. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sie hat die Rolle bekommen, weil sie davor in einem Bruce Springsteen Video zu sehen war. Ach ja, weil, wo er sie auf die Bühne holt. Richtig, genau. Und dadurch ist sie an diese Rolle gekommen, was halt sehr, sehr cool ist, wie so Türen sich öffnen, wenn du mal was gemacht hast. Wobei, wo wir jetzt bei Canon Films sind, muss man mal sagen, da sind die Wege ja auch immer ein bisschen. Oh, du kannst einen Split? Okay, ab und füllen, komm. Oder bei Quartermain hat Golan gesagt, bring me the Stone Lady, the Stone Woman. Ja, und er wollte halt die Dame aus Romance in the Stone, also er wollte eigentlich Kevin Turner haben auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Stattdessen hat man den Sharon Stone gegeben. Und da sagt er, who's that bitch? Yeah, that's the Stone Lady. Ja, aber so sind die Wege bei Canon Films gewesen. Canon Films, ey, ganz ehrlich, ich bin da so dankbar für das, was die gemacht hat. Es hat mir so viel Freude gemacht. Auch die Storys im Nachhinein einfach, ne? Ey, ich will gar nicht sagen, dass das alles cool war und ich glaube auch, da ist einiges schief gelaufen und es war auch schon damals, sind da genug Sachen dabei gewesen, zu denen man damals hätte eigentlich sagen sollen, nee, es ist falsch. Und heutzutage wird man auf jeden Fall sagen, es ist falsch. Ja, heutzutage, boah. Aber ich gebe euch wirklich den ganz, ganz dringenden Rat, schaut euch Electric Boogaloo an. Das ist eine der besten Dokumentationen, die es meiner Ansicht nach im Filmbereich gibt. So, ja, die reißt halt einmal die ganze Geschichte von Canon ab und da ist halt auch eine Menge über Masters drin, deswegen unbedingt sehenswert, unbedingt anschauen. Es gibt meiner Ansicht nach über ein Studio, über ein einzelnes Studio, kaum eine beste Dokumentation. Also es ist tatsächlich, und das ist unfassbar, dass ich das sage, weil ich bin eh ein riesen Doku-Fan, also gerade wenn es um Filme geht etc., es ist meine Lieblingsfilm-Doku, weil ich sie einfach so unterhaltsam finde und ich kann sie wirklich regelmäßig, also ich kann sie sehr, sehr oft gucken und ich habe immer wieder Spaß dran. Immer wieder, immer wieder. Nur das, und danach kommen wir auch wieder zu Masters of the Universe zurück, nur dass ihr, für diejenigen von euch, die einfach nicht wissen, was Canon gemacht hat hier von Bloodsports, hier die Death Wish-Filme mit Charles Bronson. Over the Top. Over the Top, dann Superman 4, Megamöckler. Delta Force. Delta Force, Breaking. Mission in Action. Mission in Action mit Chuck Norris, die American Fighter-Filme, also es ist so viele Kultklassiker, die nie wirklich so objektiv betrachtet die besten Filme sind, aber die irgendwie gewiss auch so ein bisschen die Popkultur mitgeprägt haben und einfach so ein geiles Zeitzeugnis der 80er Jahre waren. Und aber auch tatsächlich hin und wieder hatten sie schon richtig, richtig gute Filme. Runaway Train. Ja, Runaway Train. Zum Beispiel, ohne den Danny Trejo wahrscheinlich nie ins Filmschäft gekommen wäre. Oder was war auch noch? Das waren aber die Unfälle, Barfly hier. Oder Life Force war auch ein schönes. Oh, super interessanter Film. Auch wieder, wo Genres miteinander verknüpfen. Ist auch nicht der allerbeste Film, aber er hat was. Der hat was. Und Tobi Hooper, Regisseur, ja, durch Texas Chainsaw Massacre, ja, berühmt geworden. Also, da sind schon auch immer nochmal ein paar gute Filme dabei, beziehungsweise ein paar Filme, die halt deutlich besser sind, als sie hätten eigentlich sein müssen oder beziehungsweise sein können. Und trotzdem, die dann halt trotzdem irgendwo ihren Fußabdruck in der Filmlandschaft hinterlassen haben. Also deswegen, Ken hat auch schon ein paar ganz geile Sachen gemacht. Ja, 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 ja. Letzte Person, über die ich sprechen möchte, die im Film dabei ist, das ist für mich so einer der prägendsten Nebenrollen-Schauspieler. Boah, ich hab drauf gehofft, dass du ihn sagst. James Tolkien heißt der, der ist der gute Mann, oder? Der, der Lubick spielt. Der Polizist. Ja, ja, genau. Genau, der spielt bei Zurück in die Zukunft spielt der den Direktor. Den Direktor, genau. Du bist eine Null-McFly. Dein Vater war auch schon eine Null. Der hat in so vielen kleinen, in so vielen Filmen immer so eine geile kleine Nebenrolle gehabt, aber immer irgendwie hat der so ein bisschen herausgestochen. Also immer, wenn man den sieht, ach so, ah, da ist er wieder. Ich meine, der hat da auch wirklich eine glattpolierte Glatze gehabt. Also das ist, diese Glatze war halt einfach so markant, wie er hatte so. Und hier diesen, ja, diesen rotzigen Polizisten, der zu allem noch irgendwie einen dummen Spruch abgeben muss, der dann am Ende da irgendwie mit Laserknarren und seiner Schrotflinte da irgendwie mitballert. So, das war echt alles so over the world. Es war halt ein Comic-Reading. Aber finde ich gut, dass du ihn hervorgenommen hast, weil ich muss auch sagen, den habe ich immer gern gesehen, weil ich kannte ihn aus so tausend Filmen. Das sind halt diese wie James Cromwell und wie sie alle heißen. Die siehst du so oft, du weißt so oft den Namen nicht, aber du weißt genau, in welchen Filmen sie mitspielt haben oder welchen Satz sie gesagt haben, weil er halt einfach so eine markante Figur oder so ein markantes Gesicht ist. Und den, der ist mir auch rausgestochen. Ich muss aber sagen, ich fand auch Man in Arms eigentlich ganz cool. Ich mochte seine Rüstung so. Den haben sie tatsächlich gut besetzt. Ja, jetzt wurde es gesagt, dass den haben sie gut besetzt. Der hatte halt diesen Schnorres, der ein bisschen komisch war, aber er war halt auch 80er. Ja, genau. Oh, The Elephant in the Room. Quildor. Quildor. Der Orko-Ersatz. Wo wir wieder bei Canon und Billig sind. Canon hatte sich überlegt, okay, wie können wir Orko, für euch Masters of the Universe Fans, ihr wisst ja, wer Orko ist, dieser rote kleine Zauberer, der über den Boden schwebt etc. Und Canon hat sich überlegt, okay, wie können wir den in den Film kriegen? Kriegen wir nicht hin finanziell mit dem Special Effect? Lass mal einen eigenen Charakter kreieren, der so ähnlich ist. Dann kam Quildor. Dann kam Quildor. Und Quildor ist halt so. Also Quildor ist auch so, der wirkt hier wie so eine Mischung aus Reisens Labyrinth. Ja. Keine Ahnung, Time Bandits und vielleicht nochmal, keine Ahnung, hier, was weiß ich wie, Hopgoblins oder irgendwie wie sie, oder Leprechaun. Leprechaun. Oh, sehr gut getroffen. Leprechaun, ja, genau. Er ist halt nicht geil, er wurde auch damals schon für ein Rezi nominiert, Goldene Himbeere nominiert für Schlechtes Daneben. Der Film generell wurde ja richtig abgeschlachtet. Ja, 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 der wurde wirklich abgeschlachtet, ja. Aber gut, das musste kurz adressiert werden. Aber ich muss trotzdem sagen, ich fand ein paar Figuren, die dann später in die Toyline mit aufgenommen wurden. Da waren ein paar gute dabei, ne? Da waren ein paar gute dabei. Da gab es diesen einen Typ, der so Funken gesprüht hat. Ja, ja. Der war cool. Blade mochte ich, der mit den Schwertern, genau. Den fand ich auch cool. Ja, den sie übrigens scheiß übersetzt haben, den haben sie Messer in Deutsch genannt. Wo ich sage, ey, Blade, ah, Messer, ah, okay, egal. Und kennst du die Geschichte von dem Fan, der den Contest gewonnen hat? Big Boy. Big Boy. Ja, das habe ich auch noch hier stehen, wollte ich auch noch erwähnen. Lustig, dass du, ja, genau. Willst du erzählen, oder? Mattel hat halt, um die Produktion noch ein bisschen schwieriger zu machen, als sie ohnehin schon war, haben halt einen Contest ausgerufen unter den Marvel oder Mattel oder Masters Fans und haben halt einen, ich weiß nicht, wer, Broschner oder Brosch, Broschner, also ich kann den Namen leider, glaube ich, nicht richtig aussprechen, haben halt einen Contest ausgerufen, jemand hat gewonnen und dann haben sie halt Godard gesagt, ey, hier, zack, der muss auch noch in den Film mit rein. Ja, das war halt ein kleiner Junge, ne? Und den haben sie dann halt zu diesem Pickboy gemacht, was ein bisschen despektierlich ist dafür, dass ein wirklich treuer Fan da irgendwie diesen Contest gewonnen hat und der durfte dann Skeletor diesen Stab überreichen. Genau, den sieht man für 0,5 Sekunden, wirklich nur Stab geben, weg und steht dann in den Credits als Pickboy, wo ich dann auch gedacht habe, von wegen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich der Kleine im Endeffekt darüber gefreut hat, das dann halt so machen zu können. Aber es passt halt in die Canon. Ich sag mal so, ich glaube, als kleiner Junge hätte ich mich auch riesig gefreut. Es wäre mir dann egal gewesen, wie oft oder wie lange ich im Film zu sind. Aber in einer kompletten Maske, wo man dich halt gar nicht sieht und dann Pickboy? Aber es ist trotzdem eine Erfahrung, die du halt A, nicht so selbstverständlich machst und B, glaube ich, die schon aufregend ist. Du bist da beim Filmset, du siehst die ganzen Stars. Du siehst, ich meine, man muss ja mal sagen, dieses Castle Greyskull war ja eine der größten Studio-Kalissen zu dem Zeitpunkt, die sie bis dahin gebaut haben. Die auch echt, also ich finde die nice. Sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Vor allem auch mit diesen, sag ich mal, beiden Seiten. Du hast oben die Götter und die Dämonen. Die war schon nice. Das war halt mit eins der größten Sets, das damals gebaut worden war, nach einer langen Zeit, nachdem man nicht mehr so viele Sets gebaut hat. Ich glaube, Batman war dann das nächste, was halt so wirklich exorbitant in den Sets war. Zwei Jahre später müsste es gewesen sein. Und deswegen, also du stehst da als kleiner Junge, als He-Man-Fan da am Set und kannst dann mit den Leuten da und gibst Frank Geller den Stab, also ich meine, oder gibst Skeletor den Stab. Der Skeletor, ja, ja, ja. Also, ey, so sehr man diesen Film abstrafen kann, ich glaube, die Erfahrung war damals für den Kleinen auf jeden Fall richtig gut. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es für ihn eine schlechte Erfahrung war. Ja, man darf ja nicht vergessen, wie kleiner war und so, aber ja, natürlich. Ja, mag sein, dass du da recht hast. Es ist ja, wir haben ja schon gesagt, so objektiv betrachtet ist der Film jetzt kein Meisterwerk und so weiter, aber er hat es ja geschafft, dass er uns trotzdem positiv in Erinnerung geblieben ist. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, was für mich auch etwas ist, was diesen Film vielleicht noch ein bisschen hochwertiger gestaltet hat, als was er eigentlich ist. Die Musik von Bill Conti. Ja, ja. Bill Conti, das Genie hinter der Rocky-Musik, also von Rocky 1. Ich finde, der, also mal abgesehen davon, dass der Song sehr nach Superman klingt, was mir damals schon aufgefallen ist, von wegen, das klingt aber irgendwie sehr bekannt, aber es wertet das Ganze nochmal auf und das zeigt nochmal, wie, was für einen großen Einfluss eine gute Filmmusik tatsächlich auf den Film haben kann. Also es gibt so viele Filme und ich hoffe, eines Tages werden wir nochmal mit einem weiteren Film reden, auch aus der Zeit ungefähr, auch ein Riesenflop, aber ein wegweisender Film. Howard the Duck. Oh, das, ich dachte für viele Jahre, ich bin der Einzige, der den Film mag. Ich liebe diesen Film. Womit mittlerweile weiß ich, ich bin nicht der Einzige. Ich liebe diesen Film. Ja, der hat auch seine 8 Milliarden Baustellen, aber irgendwie ist er geil. Ja, genau. Irgendwie ist er geil. Da können wir nochmal auch, da können wir gerne ein eigenes Video machen, weil der ist, der ist meiner Ansicht nach toll, aber auch, das ist auch so ein Film, der halt durch diese Musik nochmal richtig viel gewinnt und ja, maß das auch. Also ich finde, die Musik, die macht schon einiges aus, die gibt dem Ganzen, weil sie hat so einen, so einen, so einen, ja so einen altmodischen, so einen klassischen Takt. Ja, aber auch pompös. Aber das macht's halt, das macht's halt irgendwie nochmal, das verkleidet, das klebt das alles noch irgendwie so ein bisschen zusammen. Ja. Ja, ich meine, der Film ist ja schön, der ist ja auf analog gedreht, so, das wirkt ja trotzdem irgendwo in den großen Sets oder in gewissen Straßenzügen da, wenn sie auf der Erde sind und durch die Musik, finde ich, wird es nochmal, ja, wie du es gesagt hast, eine Spur höher gesetzt, so, ja. Ja, und ich, ich finde das gerade bei diesen alten Filmen ist das immer ein entscheidender Faktor. Guck man sich mal E.T. an, ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob du, ich weiß nicht, ob du mal E.T. ohne Musik gesehen hast. Nein. Es gibt eine Fassung, wo sie halt aus dem Finale die Musik rausgeschnitten haben oder beziehungsweise wo sie das Finale nur, nur mit den eigentlichen Sounds, sag ich mal, bestücken. Und ehrlich, wenn die Musik von John Williams nicht da ist, dann fehlt dem Film so ein essentieller teilt. Natürlich, aber genau deswegen ist zum Beispiel ein John Williams ein John Williams, ein Bill Conti ein Bill Conti, weil sie eben diesen Skill haben, den Film auf ein anderes Level zu heben. Und ich finde, was du jetzt eben gesagt hast, ja, dieser Film hat seine Macken und seine Probleme, aber wir sitzen ja jetzt irgendwie über 30 Jahre später trotzdem hier und reden über diesen Film, weil ich das, genau das an so Filmen zu schätzen weiß. Der hat seine Probleme, der hat seine Probleme während der Produktion gehabt, die wir als kleine Kinder nicht mitbekommen haben, aber dennoch war da irgendwas, was irgendwie einen Funken erzeugt hat, was irgendwie auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass dieser Film im Langzeitgedächtnis bleibt. Genau das, also irgendwas haben sie richtig gemacht. Irgendwas haben sie richtig gemacht. Natürlich mag da die Nostalgie und die kindliche Begeisterung für He-Man noch mit reinspielen, so. Aber wir reden ja heute immer noch über diesen Film und wir können heute immer noch, sag ich mal, auch die positiven Aspekte an diesem Film problemlos hervorheben, weil wir halt wissen, wie schlecht er eigentlich ist, aber wie sehr er uns doch irgendwo etwas gegeben hat, was wir halt vielleicht A, nicht so genau definieren konnten oder B, nicht so genau wussten, aber C, irgendwie was wir trotzdem genossen haben. Ja. So. Und lieber einen katastrophalen Film, der irgendwie sein Ding durchzieht, der irgendwie es schafft, im Gedächtnis zu bleiben, als eine hochglanzglatt durchproduzierte und kalkulierte Produktion. Wurde morgen schon vergessen, hast du es gesehen. Ja, ich mein, Blue Beetle, ich kann mich an keinen Moment aus Blue Beetle mehr erinnern, ich hab den vor zwei Wochen gesehen so, ja, also ich, doch, ich kann mich an einen Moment, aber das ist nichts vergleichbar mit den Erinnerungen oder mit den Eindrücken, die ich von so einem Masters of the Universe irgendwie mitnehme. Ja, ja, ich kann es zu 100% verstehen. So, normalerweise am Ende der Folge mache ich ja immer diese IMDb-Bewertung. So, ähm, ich möchte ihn nicht bewerten heute, weil, wenn ich ihn objektiv bewerten müsste, würde er schlechter wegkommen, als ich ihn eigentlich empfinde. Ja, ja, deswegen kriegt er, deswegen ist das Schöne bei Letterboxd, dieses Herz. Da kannst du objektiv, kannst du eine Wertung abgeben, aber sobald du ein Herz dazu machst, dann weiß jeder, okay, der bedeutet ihm was. Okay, okay, verstehe. Und das wäre für mich dann auch so ein Thema. Also, er hat auf IMDb 5,3, so ich, äh... Aber jetzt mal ehrlich, allein für die Sets, für den Aufbau... Musik, Frank Langella, ähm, ja. Da würde ich schon, da würde ich von vornherein schon sagen, mindestens eine 6. Ja. Also mindestens 6 von 10, so. Ja, ja. Ich finde, der Film hat ja trotzdem seine Leistung, die er erbringt. Ja, ja, ja. Okay, jetzt mach ich's doch. Er kriegt von mir eine 6,5 mit Herz. Ja, das klingt doch gut. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Was sagt ihr? Ihr seht, wir konnten sehr, sehr lange über diesen Film reden. Es gäbe tatsächlich noch so viel Story. Doch, wie gesagt, es war mal eine Fortsetzung geplant, aus dieser Fortsetzung, ähm, naja... Ist das nicht Spider-Man? Also, es, sowohl Spider-Man als auch He-Man waren halt dann letztendlich dafür verantwortlich, dass alles, oder beziehungsweise haben ihren Teil dazu beigetragen an einem Film namens Cyborg von, mit Jean-Claude Van Damme von Albert Pyun, der halt auch nochmal eine problematische Entstehungsgeschichte hat, aber ja, die ganzen Kulissen, die für He-Man 2 und auch für Spider-Man, den Kenner auch produzieren wollte, die waren mal dann, oder die sind halt dann letztendlich in Cyborg gelandet, weil man halt sich gedacht hat, okay, wir haben jetzt schon ein bisschen Vorarbeit geleistet und die soll nicht umsonst gewesen sein, deswegen nutzen wir sie für Cyborg. Aber das wäre auch nochmal ein eigenes Thema. Ihr seht, es kommt noch eine ganze Menge. Postet gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung zu dem Film ist, was sind eure Erinnerungen, wie schätzt sie ihn heute ein, guckt ihn immer noch, postet es gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr von Daniel sehen wollt, guckt Kino Plus, sehr, sehr empfehlenswerte Sendung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder auf SeanDavidTV. Tschüss! Hallo Filmfans, ich bin die Jazz, Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr die Folgen mochtet, lasst doch sehr gerne ein Like da und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert unseren Kanal. Bis dann! Tschüss! Tose excel! jacket popping! Heraf...